Willkommen zurück. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich hier hinten noch gar nicht drin war in dem Raum. Hier kommt mir schon einer hinlegen. Wir sind da nämlich noch gar nicht lang gelaufen, weil... Hier das Gitter nämlich noch zu ist. Ich bin echt doof, was das angeht. Ich höre zwei laufen. Und da läuft auch noch einer. Aber zieh die wieder nach hinten. Wie laut die hier einfach laufen? Holy shit. Ich dachte doch, hier drin war ich noch nicht. Obwohl ich eigentlich direkt gerade ausgelaufen bin. Das hat mich voll verwirrt. Oh Gott. Noi. Holy shit, habe ich mir hier erschrocken. Das ist aber auch eine miese Falle, Alter. Du denkst, jo, hier ist ein Korridor, ich kann mich da drin verstecken. Und dann zack, bist du in den Halbenkopf kürzer. Das ist ja eine miese Falle. Wehe. Ach, bitte. Was eine miese Falle das ist. Okay, da kommen wir raus. Was haben wir hier hinten? Sieht eigentlich fast aus wie eine Sackkasse, oder? Okay, es ist eine Sackkasse. Eine Sackkasse. Nein. So, jetzt müssen wir einmal gucken, wie wir zum Rätsel kommen. Das Rätsel war einmal hier rum. Wer war das? Oh, er hat mich, glaube ich, gehört. Bleib bitte so. Ach, gut. Ähm. Da saß doch gerade einer. Und er ist nackt. Natürlich. Die Tür ist auf. Äh. Er ist weg. Bitte sagt mir, bitte ist Panzersicheres Glas. Okay, wie komme ich jetzt zu ihm hin? Einmal außenrum. Den sind doch rechts raus, super. Läuft der Typ jetzt von links nach rechts oder von rechts nach links? Das will ich nicht. Okay, er läuft weg. Sehr gut. Der hat die Tockerei ungetriegt. Au. Das ist nicht dein Ernst. Komm, lauf, lauf, lauf. Okay, er hat gemustet. Ist hier noch irgendwas? Nein? Nein. Nein? Gut. Es läuft ja noch so ein Fettsack rum. Ich glaube, es hackt. Okay, es fehlen uns noch... Ein Blatt. Ein Blatt fehlt uns noch. Und, äh, zwei Zylinder. Die geben sich, schütteln sich jetzt die Hände? Komm nicht hier rein. Dann werden wir vorbeilaufen. Oh nein. Oh nein. Hi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ist die denn? Da ist halt die Zitzu gegangen. Oh, lädt mich am Arsch. Oh. Gott. Ui, ui, ui. So, let's share. Ruhe. Ui, ui. Moment, der ist wie hinterher gerannt. Bis zum Aufzug. WTF? Wir hätten erst runter in den Erdgeschoss gehen sollen, oder? Es knelt die Idee hier. Thomas? 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 Wie gelang ich zu dir? Okay, in Ordnung. Ich werde vorsichtig sein, meine Liebste. Sollen wir wetten, der Onkel ist doch der Riese, oder nicht? Nee, welcher von beiden ist es der Onkel gewesen? Der Isaac oder der Abram? Sind beide nicht sehr nett. Ja, da ist man schlossen. Ich gehe mal einfach hier rein. Oh Gott. Husteli, husteli, da gehe ich gar nicht hin. Aber da ist dann... Hey! Hey, ich habe eine Karte! Wah-huh-ha! Okay, da komme ich nicht rum. Äh... Ah, da ist ein Vent. Okay, da komme ich bestimmt nachher erst rein. Leck, dein Ernst! Da gehe ich garantiert jetzt... Nein. Da ist der Saal. Gehe das garantiert nicht hin. Guck mal hier erst um. Ich glaube, jetzt habe ich noch die Hoffnung, dass hier keiner rumläuft. Läuft. Dann haben wir hier. Ich habe gerade gedacht, der Kompass auf mich zugelaufen. Das sah aus. Mein Gott. Ich habe gerade gedacht, hier kommt einer auf mich zugelatscht. Oh, ich kriege die Krise. Vor allem poltert hier die ganze Zeit einer. Ja, da. Okay, ich höre wieder irgendwas. Okay, hier ist ein Zimmer. Oh Gott. Das reimt sich über Pein. Das reimt sich überhaupt gar nichts. Hey, jetzt hat jemand einen Klopfen. Das macht mich irgendwie wahnsinnig. Bin ich denn jetzt? Links sind zwei große Räume. Ich glaube, das ist Elisabeths Zimmer. Also das von der Mutter. Nett, wieder eine flambierende Badewanne. Oh Gott, ich bin erschrocken. Ich lebe mich im Arsch. Ich erschrecke mich immer. Meine Verweigerung zu singen hat mein Vater zwar frustriert, aber mehr als eine Verzögerung seiner Pläne ist damit auch nicht erreicht. Jetzt ist er damit beschäftigt, einen Weg zu finden, wie er die Aufnahmen vom Gesang der Kreatur mit einer seiner Gerätschaften abspielen kann. Es muss eine Möglichkeit geben, den Gesang entgegenzuwirken und seine Wirkung abzusprechen oder gar aufzuheben. Eine Melodie oder ein Lied als Gegenmittel dazu, sozusagen ein Gegenlied? Ich werde Hilfe benötigen. Doch wie soll ich da vorgehen? Ich kann nicht riskieren, das schreckliches Lied an die Außenwelt zu tragen. Vielleicht könnte ich es ja in mehreren Teilen aufteilen, wie es auch Vater bei seinem Aufnahmen gemacht hat und dann vier verschiedene Komponisten damit beauftragen. Nur wen soll ich darum bitten? Natürlich meinen geliebten Thomas, aber wen sonst? Thomas Evans, Mathilda Norton, Ethan Morris und Henry Hutch. Wir haben das von Hutch, haben wir. Das von Norton haben wir auch und das von Anders haben wir auch. Also fehlt mir noch eins. Ja, stimmt. Ich weiß. Kacke ist es trotzdem. Hier schreckt mich. Oh Gott. Oh, die Kleider sind schön. Ich hätte gern so ein Kleid, aber nicht in schwarz, sondern das ist in grün, wäre kunst cool. Oh Gott. 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 Mörder! Mörder! Isaac ist der Mörder! Komm ich nicht rein! Oh, warte mal! Hier war eine... Oh Gott, da bin ich nicht so schocken. Ah! Okay, da ist der... Rabenschlüssel, aber ich habe keine Rabenschlüssel. Ich will hier jemanden schnaufen, das gibt es nicht. Ach, guck mal hier. Auch haben wir auch noch? Brief von Thomas und Elizabeth. Ich habe deinen Brief erhalten und verzehre mich nun vor Sorge ob deiner Worte. Zu erfahren, wie du unter deinem Vater leidest und dass er dich im Shia Hotel eingesperrt hat, ist mehr als ich ertragen kann. Dennoch werde ich deinem Wunsch entsprechen, mich voll und ganz der gestellten Aufgabe zu widmen und die Melodie für dich komponieren. Ich werde Tag und Nacht daran arbeiten und sobald ich fertig bin, werde ich mich ins Zug setzen und zu dir eilen, meine Liebste. Warte mal, hat die am Anfang nicht gesagt, die braucht die... Die braucht die... Die braucht die, äh... Die Aufnahmedinger, um das Lied zu verenden. Und jetzt haben wir doch gerade gelesen, dass sie Notenblätter herausgegeben hat. Also, eins von beiden von den... Also, die Elizabeth, mit der wir gerade sprechen... Ist... Wohl... Eine Betrügerin. Weil die will, dass wir die, äh... Zylinder finden. Vier Zylinder, aber die Zylinder sind immer nicht die Sachen, die sie in Auftrag gegeben hat. Eiei... Eieiei... Was? Wenn ich denn jetzt... Oh damn... Oh... Oh wir... ... Oh... Oh... Wie,. Scheiße, wie kriege ich denn jetzt ein Schussle... wie komme ich da rein da muss ich hin wie komme ich da hin ist die frage da ist ein elevator der muss hier in den raum sein aber wie komme ich da hin haben wir hinten an dem raum schon gewesen ich lebe mich am arsch leck mich am Arsch, Alter holy shit oh cool, ähm, was mach ich jetzt hier? Hört ihr mich? jetzt doch, ich glaub, der hört mich kann ich nicht durch? warum kann ich nicht durch? nein, ich hab die Tür nicht zugebracht okay, halt, stopp äh, ähm wie krieg ich die auf, ist die Frage da kann ich nicht ich kann ihn nur oh, warte mal, ich kann ihn verarschen okay, das ist eine schlechte Idee, wenn er mir jetzt da gerade entgegen kommt hi so, und dann renne ich hier lang, hier lang, hier lang und dann bin ich da ah, okay oh, der kommt da schon angelatscht oh lalalalalala nein, jetzt hab ich tun ich brauch irgendwie die Schüssel von dem wie krieg ich die Schüssel von dem? ok, der Schüssel hab ich nicht du kommst hier rein, das ist ein Safe-Ort ok, der kommt hier nicht rein oh, ich hab Glück oh, oh, ho, 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 ho deck mich doch am Arsch oder läuft der jetzt die ganze Zeit gegen die Wand oh, shit oh, shit oh, shit, oh, shit, oh, shit Was bringt die? Ehhhhh, was bringt die? Oh shit, da kann ich nicht rein. Da komm ich nicht rein. Komm her. Hat das Ding in der Ausschaltungshalle gefunden? Oh shit. 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 Ich hab jetzt keine Zeit für dich, Elisabeth. Was willst du denn? Das ist echt ne ungünstiger Zeitung. Ich hab jetzt keine Zeit für dich, Elisabeth. Was willst du denn? Das ist echt ne ungünstiger Zeitung. Verstanden. Ich dachte, ich hörte etwas hier. beautyure Ich muss nachdenken, dass jemand die Tür w fingerprintsあります. Ich muss gehen. No! Stop. Los, wasаны, Leute, lass mich! Let mich weg. Miau! Schmon, Sus, wbi da. Ah, will ich nicht reink mailing? Okay, wo bin ich jetzt? Da hinten ist noch was. Da hinten ist noch was. Da ist noch was. Ah, wir haben eine Karte. Äh, den Schlüssel haben wir noch nicht. Ja, wo? Wir rennen jetzt einmal hier hinten hin und holen den und holen den äh, den Zendrinder. Oh, der ist nicht der einzige, der hinterherkommt. Oh, der ist nicht der einzige, der hinterherkommt. Das ist der falsche Raum. Äh, Schlüssel. Ob ich jetzt noch irgendwas? Äh, Artikel? The Morning Herald. Ähm, Familientragodie sorgt für Schließung. Nach dem Tod der Maid von Ski erschließt das bekannte Ski-Hotel. Der Ehemann der berühmten Sängerin, Prudence Williams, schließt die Fahrten des Ski-Hotels in Südwales. Isaac Williams, Geschäftsmann und Eigentümer des Hotels, traut um seine geliebte Frau, und nimmt keine neue Gäste mehr in sein Hotel auf. Isaac ist der Vater von ihr. Das Ski-Hotel stieß noch nur ein Jahrzehnt, in dem es wohlwollende Kritik erhalten hat und Mittelpunkt einer Reihe von spektakulären Vorstellungen war. Gesungen von der verstorbenen Maid von Ski-Brunens Williams. Sie hinterließ eine Tochter namens Elisabeth. Bild von Isaac Williams, Eigentümer des Ski-Hotels. Also das ist ihr Vater. Oh gut. Okay. Oha. Die Tür ist abgeschlossen. Der kommt hier nicht mehr rein, oder? Wie heißt es, wenn sich eine Tür schließt, schließt sich immer eine neue? Eins. Eins. Drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Also. Oh, toll. Was fand er mal? Eins unten ist der... Oh, jetzt will ich mal gucken. Eins ist der... Fisch. 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 Hund. Fisch. 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 Hund. Vogel. Fisch und... Vogel. Fisch und Vogel. Zieh mich nicht an, du Monster. Ich muss in die Höhle gelangen, ohne dass mein Vater und seine Männer mich befinden. Sie sind nicht mehr dieselben. Jetzt mich verarschen, da hängen welche. LOL Ich habe keine Kontrolle, das Lied ist zu stark. Third floor, second floor? Das ist aber eine Puppe, oder? Da ist der Onkel. Da war der Onkel, der mich unbedingt tot sehen wollte. Nein, unser Spielzeug ist kaputt. Nein, unser Spielzeug ist kaputt. Bin ich hier im Kremateorium, oder was? 11 Tagebuch das 3., 24. Oktober 1897. Ich habe es heute gewagt, den sicheren Dachboden zu verlassen. Dabei habe ich festgestellt, dass mein Vater unaussprechliche Dinge tut, wie zum Beispiel die Gesichter der Männer grundlos zu verbrennen. Deswegen sind die alle so aus. Ich kann hören, wie mein Onkel unter mir durch die Zimmer und Hallen stapft auf der Suche nach mir. Er ist zu einem seelenlosen Riesen geworden. Wir sind beide den Wahnsinn befreit, tragen diese fürchterliche Ritualmasken. Ich habe Angst. Einige Gäste zur großen Wiedereröffnung sind früh eingetroffen. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber mein Vater und Onkel haben sie in ihren Wahn hineingezogen. Diese armen Menschen sind jetzt solche Monster wie meine Familie. Es ist schrecklich, um es zu beschreiben. Verbrennen die hier die Leichen? Sieht fast aus wie ein kleines Rämatorium. Sieht fast aus wie die Musiker Lockett, die du immer warst, Mutter. Die sehr, die ich so fasziniert habe als Kind. Auch als Kind, waren du mich für deine Lieblings-Wahne zu nehmen, als mein Vater nun commands? Whatever die Wahrheit der Wahrheit, Mutter, ich möchte Sie wissen, dass ich für diese Fragments von der Siren-Song beantworte zu vier Komponenten. Ihr Lockett geht zu meinem Lieblings-Thomas. Ich würde das schaffen jetzt eine andere Sache. Wollen wir speichern? Oh mein Gott. Mir kommt doch gleich irgendwas angelatscht, oder? Oh mein Gott, ich werde hier schon verrückt. Oh, guck mal an die Tür. Ich kann die Tür zumachen. Oh Gott, ich dachte gerade schon, der Onkel steht da. Oh, da ist noch was. Mythologie In der griechischen Mythologie ist die Sirene ein Menschenwesen aus Vogel und Frau, das mit seinem gelieblichen Gesang Seefahrer in die Verderbnis lockt. Siren und Meerjungfrauen sind unterschiedliche Wesen, aber lange Zeit wurden sie als identisch erachtet. Im Mittelalter kam es aufgrund von falschen Interpretationen von Schriftstellern und Künstlern zu einem Wandel in der Darstellung, wegen von einer vogelähnlichen Kreatur hin zu einem fischähnlichen Wesen. Dies hat über die Jahrhunderte dazu geführt, dass die Sirenen immer mehr als Meerjungfrauen aufgepasst und dargestellt wurden, was sie in der griechischen Mythologie nicht sind. Zum ersten Mal wurden sie in Homers Odyssee im 8. Jahrhundert vor Christus erwähnt. Spätere Quellen besagen, dass Sirenenflügel haben oder dass ihre Köpfe denen von wunderschönen Frauen gleichen, während sie in den Körper eines Vogels aufweisen. Ich kann auch gerne eine wunderschöne Frau mit Flügeln. Da kann ich irgendwann hinflattern, wo ich Bock habe. Wer würde nicht mal irgendwo hinfliegen, wo er darauf Bock hat? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Hey, Medusa! Ich sehe doch hier gleich schon wieder den Onkel langflitzen. Und ich höre schon wieder... Wie bin ich denn überhaupt? Ach, bin ich hier unten? Ich sehe nichts. Oh, shit! Leck mich am Arsch! Ich sehe nichts. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder. Ich höre schon wieder. Oh, was ist das denn? Ich höre schon wieder. Wo bin ich denn jetzt? Warte mal ein Dörner. Warum? Ich wollte jetzt gerade nicht husten. Besser komme ich nicht lang. Scheiße, ich muss irgendwie an den Typen vorbei. Die Notenschüssel haben wir doch. Äh, da ein Notenschüssel. Die Tür machen wir nicht ab. Das Notenspiel habe ich nie verstanden. Die Tür machen wir nicht ab. Die Tür machen wir nicht ab. Die Tür machen wir nicht ab. Oh, leck mich doch am Arsch. Warum kommst du denn hier rein? Ich bin tot. Ja, drehe dich wieder um. Hier kannst du nicht lang. Oh, musst du trinken. Ich vergesse mal, dass ich da nicht aufgemacht habe. Das heißt, er kann da auch nicht lang. Aber wie kriege ich hier... Ich verstehe, ich bin ganz schlecht mit Rücken. Ich bin ganz schlecht mit dem Lied. Ich bin ganz schlecht. Wir machen jetzt die Tür. Ich bin ganz schlecht mit dem Lied. Wir werden nicht mehr halten. Ich habe das hier. Ich bin ganz schlecht mit dem Lied. Ich bin ganz schlecht. Ich bin ja halt irgendwie. Ich bin ganz großartig. Wie das kapiert ihr? Hören Sie doch mal? Das mit dem Bejauern kann ich nicht. Also wer das von euch hinkriegt, hoch Achtung, ich bin zu doof, bitte was. Aber ich habe hier nicht meinen Hinweis, was er spielen muss, das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, was ich hier spielen muss. Die Tür habe ich zugelassen bei... Was war das denn? Ihr wollt mich doch verarschen. Wir müssen hier nochmal rum... Oh shit. Wir rennen jetzt einfach durch. Oi! Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Äh, bin ich richtig? Oh, bin ich richtig. Ah! Gott! Oh Gott! Mein Herrn! Ich bin mir hier im Sack. Oh, da ist noch einer. Oh ne, oh ne, oh ne. Ich kann auch wissen, dass da einfach fünf Leute im Weg stehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschöö!